Servus Red Dead Freunde, der zweite Gameplay Trailer ist jetzt noch auf Deutsch erschienen. Als ich mein Video hochgeladen habe heute Mittag, war er noch nicht verfügbar, deswegen wird er jetzt hier nachgeliefert für diejenigen, die nicht so gut Englisch können, dass ihr trotzdem alles versteht, denn es gibt haufenweise neue und geile Informationen über die Open World, über die Missionen, über den Bankraub und so weiter. Das sollte man auf jeden Fall verstehen. Ich wünsche euch hier viel Spaß bei dem Trailer, schaut's komplett an, denn er ist wirklich geil. Mit Red Dead Redemption 2 nimmt Rockstar Games sein bisher ehrgeizigstes Open-World-Erlebnis in Angriff. In der epischen Geschichte vom Leben als Outlaw geht die Story nahtlos in Action über. Durch Erkunden bieten sich Wahlmöglichkeiten und an jeder Ecke lauert Gefahr. Überall warten Abenteuer und Ereignisse, die man auf natürliche Weise entdeckt. Und alle gehen fließend ineinander über. Gentlemen, you all know what to do. Arthur kann mit anderen Bandenmitgliedern vielen ruflosen Aktivitäten nachgehen. Manchmal sind das große Überfälle. Manchmal geht es persönlicher zu. Let's go! Come on, man. Juhu! I'm an early Valentine's. I'd like to drink that fancy wine. Du kannst Züge überfallen, Passanten und Kutschen, Anyone inside there? Beschäfte ausrauben, Häuser plündern oder Geld eintreiben. I'm here for money. Where is it? Oder losziehen und die Welt auf eigener Forst entdecken. Falls du dich traust. Die Landstriche, Städte und das Grenzland sind voller feindlicher Gangs und Outlaws. Alle unterschiedlich, aber alle tödlich. Wie ist das Spiel, die du von uns verholt hast? Welcher? Die Gesetzeshüter dieser sich rasant wandelnden Welt sind gewieft. Ganz gleich, ob sie Outlaws aufspüren oder Tatorte untersuchen. Mother, have mercy. Now, I'm not a fellow, to pass a quick judgment. But I know you don't hire a saint to catch a sinner. Wirst du steckbrieflich gewusst, sind Kopfgeldjäger hinter dir her. Arthur muss stets bereit sein, sich gegen alles zu verteidigen, was ihm begegnet. Das Dead Eye System wurde ausgebaut und entwickelt sich stufenweise. Verlangsame die Zeit. Macht ihre Ziele. Und lass dir kritische oder tödliche Punkte anzeigen. Wie und wann du es einsetzt, liegt an dir. Was du im Spiel erlebst, hängt von den Entscheidungen ab, die du als Arthur triffst. Natürlich entscheidest du über seine Kleidung, Reittiere, Ernährung und die Waffen, die er trägt. Rasiere dich, bade oder lass es. Ganz wie du willst. Red Dead Redemption 2 steckt voller Möglichkeiten. Es gibt unzählige Geheimnisse zu entdecken und Leute zu treffen. Du kannst in Wüsteschlägereien geraten, Aufführungen ansehen, Verbrecher jagen, dich duellieren und vieles mehr. Be careful out there. This is nasty country. Dein Verhalten hat Konsequenzen und die Leute erinnern sich an dich und deine Taten. Son of a bitch. Du kannst das Spiel auch in der Ego-Perspektive spielen. Oder die Welt durch neue Kinokameras aus fantastischen Perspektiven betrachten. Das Ergebnis ist eine Welt, die komplex ist, voller Leben und extrem gefährlich. This world has its consolation.